Hallo und willkommen zu unserem ersten Let's Play Together auf diesem formschönen Channel namens Green Lightning. Ja, schon lange gefreut drauf und wir spielen, also ich spiele natürlich mit meinem Kanalpartner namens Ibiza und natürlich auch mir Green Flash. Ja, wie man hier schon glaube ich ein bisschen sehen kann, wird es Portal 2. Da habe ich mich schon so lange erst aufgefreut. Man hat es auch glaube ich am Kanal gesehen, ja. Und, naja, hast du noch ein paar Worte zu sagen? Ja, ich will endlich spielen. Naja, hopp. Dreck drauf. Und go. Aha. Entschuldigung. Jetzt ruhig sind. Starte. Ja, ha, ha, ha. Was fängt an? Ja, so lange Ladezeit. Ich will anfangen. So, Start drücken. Toll. Ach, was hätte man vielleicht vorher machen sollen, aber naja, ist auch okay. Geht zwar nicht, aber können wir trotzdem jetzt nicht mal vorher machen. Ah, egal. Wann ich euch offen haben, fangen wir eh in Mitte irgendwo wahrscheinlich an. So, Koop. Wir spielen natürlich zusammen. Weil anders würde ich natürlich gewinnen. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Ah, wird's gerobbt. Blum. Riesen und Start drücken. Ach ja, huhu. Na, huh, 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 huh. Ha, ich war schneller. Ach, das hasse ich. Diese blöden. Das ist unglaublich, wie aufgeregt man ist beim ersten Mal. Ich hoffe, ich entschuldige, dass wir in felsische Wörter rausrutschen. Hochdeutsch. Rausrutschen. Ist sehr schlecht hier in der Gegend. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, oh mein Gott. Na ja. Ich bin auch nicht unbedingt aufgeregt beim ersten Mal. Nein. Nein. Das ist gar nicht dein erstes Modus. Ich bin noch Jungfrau in dem Let's Play. Das wäre der Ding doch. Ja. Willkommen zurück im Zentrum. Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar. Sie können die Test nun zu ihrem Verkauf. Okay. Ja, wie man schon sieht, man hat mir, ich nicht, aber mein Kanalpartner, der schon vorher rennt, der ich noch ein bisschen erkläre. Er kann schon, oder? Er sieht schon, was er macht. Ich tue noch, ob ich es erkläre. Ja, er hat schon ein bisschen durchgespielt. Weiß angeblich, nicht mehr. Ich hoffe es. Wenn wir ja gleich sehen, wie schnell wir hier durchgehen. Die S-N-Devel werden leicht sein. Wir haben schon ein bisschen angefangen. Wir freuen uns zu gucken, ob die Aufnahme alles funktioniert. Und los. Moment. Man muss hier umarmen und steht hier. Wir müssen uns vertreten, bevor wir anfangen zu spielen. Es ist nicht weiter weit. Schieß kaputt. Man könnte vielleicht die kleinen Klickerchen zwischendrin, 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 her, hören. Mein Gott. Von mir höhere Schaden ist nicht. Nicht von ihm. Ja, das passiert bei den überaktiven Leuten, die mit dem Controller noch nicht umgehen können. Boah, naja. Der Hochdeutsch hört sich so umschissen an. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man uns noch verstehen kann mit dem Akzent. Oder ob man sich da jetzt mehr anstrengen muss. Ich glaube, man kann schon ein bisschen verstehen, was man umgekehrt sagt. Ja, gehst du drin oder ich? Ich bin drin. Ja, das erste haben wir... Ähm, komm her. Wo? Oh. Hörst du mir so? Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Ja, nicht die in die Geschichte ein. Ja, das erste Lärm haben wir schon... Haben wir schon gemacht, aber einigermaßen schnell. Aber jetzt... Wird's langsam immer blinder. Und... Hoffentlich nicht zu schwer. Ach, jetzt weiß ich auch, was das blind bedeutet. Ich dachte immer, der Spiel hat das blind, aber das bedeutet, dass er nicht weiß, wie es geht, oder was? Interessant, für Gewinner jedenfalls. Man hat ja schon erklärt, das geht, aber... Nett! Du blind hast nicht gespielt. Ah! So! Ich dachte immer, wie kann er die Spiele blind spielen, wenn ich mir mal so Dinge angeguckt habe. Okay, ich versuche jetzt mehr Hochdeutsch zu reden. Das ist ein bisschen schwerer. Wir rollen den R. Ruska, Ruska! Das war das... Ach, ja. Flasch. Den Truff geschossen. Und... Ah, stopp! Oh, nein, nein. Wie kann man den Truff... Die X. Oh, ich war so schnell. Der Blaue. Ja, 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 ich hab's jetzt. Aber wirklich Blau. Oh, meins! Meins, 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 meins. Nein! Äh! Ja, leg mal. Komm, schau. Ey, nehmen die Ball nochmal, nehmen die Ball nochmal. Nein! Doch, Moment! Guck mal an, Ball in mir. Hui! Ich habe Ball an! Meiner! Jetzt, weg hier. Das dauert vielleicht viel zu lang, okay. Naja, mehr eine Zeit. Äh! Geländer. Unserem Bauern-DSL. Dauert halt drei Tage, bis man was hochladen, naja. Okay, jetzt haben wir Zeit, aber es dauert dann. Oh Gott, ich kann mir jetzt vorstellen, wie viel Scheiße mehr wir reden werden. Reden werden. Reden werden. Reden werden. Und das Einzisspieler ist manchmal schon ziemlich schwer, ob ihr da Probleme hattet oder ob ihr sagt, auch das war jetzt so einfach, es könnte schwerer sein. Das würde mich mal echt interessieren. Zum Beispiel jetzt zu mir, ich habe jetzt den Singleplayer recht schnell durchgespielt, zwar aber auch auf dem Computer, was für mich irgendwie leichter ist. Äh. Knopf. 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 Hey, Türme. Machst du mal umgekehrt. Brennen. Burn, burn, burn. Böse Hexen. Was soll das? Monster. Ja. Monster. Ja. Es gab, glaube ich, Erfolg im Monster. Oder war das beim Singleplayer? Weiß gar nicht mehr. What? Ah, dumm. Ah, dumm. Das muss ich. Sorry. Au. Schlauheit. Yay. Oh. Laufen. Oh mein Gott. Ähm. Winkern. Nein. 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 Das ist sau schwer, dass du grimmst. Maree. Bitte weiter zur nächsten Tag. Ja, ja. Pff. Netto zickies. Nein, ich hoffe, dass du das jetzt... Nicht zu leise sprech manchmal. Ich spreche. Mein Gott. Ja, da muss ich jetzt alles noch einspielen. Wenn man zu viel labert. Zu viel Dummes. Zu wenig. Was ich bezweifle. Ist ja witzig für die Zuschauer. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, die lachen sich nicht zu über die Kinder. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun. Ich hab gewonnen. Toll. Muhahaha. Ihr habt eine so wundervolle Anstrengung. Wir haben eine so wundervolle Anstrengung. Wir haben eine so wundervolle Anstrengung. In der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt. Und der andere bereit ist, ins Betümmel zu watschen. Ja. Sollte der Test in ein Fressort schlagen. Ach so. Ja. Soll ich geh. Also der Schlaue sollte auf eine Knöppel sind. Wie? Du sollst hier sein? Ja. Der Schlaue soll hier sein. Na ja. Dann wüsste ich eigentlich nicht genug rumrennen. Ja. Oh. Mal sieht's aus. Ich bin schlau. Ja. Nach unten. Hey. Nicht hoch. Nein. So. Jetzt muss das nach oben. Du hast den Team schon die ganze Zeit rum. Das stimmt. Das muss so. Ja. Das muss nach unten. Mitte. Das muss so. Da. Ja. Das muss nach oben. Nach oben. Für dich. Nach einer Runde. Nach einer Runde. Freie Runde. Ich krieg'n an. So. Was war jetzt hier? Äh. Du hast das. Ja. Wollte da fahren. Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Willst du eine Umarmung? Ja. Von einem Runden. Komisch. Irgendetwas. Gerne. Schießt du gerade auf den Portal? Den brauchen wir nicht so lang. Äh. Da oben ist das Teil. Also. Ehm. dieser werde schlaue also massiv ich nehme noch vorbei du Depp, das ist Dei okay das ist Dei Ausrichtung und nimm Scheiß Dei ja irgendwie ist der Bildschirm heute so verzau ich weiß oh verzau 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 tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein Blue, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen Hinweispunkte eingedäst wow ich habe es natürlich gesehen, das ist klar meine Adler auch ja ich habe meine Kontaktlinsen nicht